Willkommen zurück bei Bloody War Primer von Hudson, oder? Oh, der Ausflüge ist das aktuell schon. Aber es ist Hudson noch gewesen. Ja, da haben wir es ja. Hudson, die Macher von Bomberman. Oh, aber... Bei den ersten Säuren hat das nicht so, oder? Überhaupt nix mit anderen. Aus Macher von den modernen Arten. Das ist mir nicht so gefällt. Aber wir haben noch gute Ausschau. Also das war's. Das ist mir sehr gut aus. Und das war's. Und das war's. Und das war's. Aber das war's nicht. Auch da mal den, oder? Was macho? Macho? Macho Lio. Ja, ja. Ja, ja. Und dann geht es einfach nur in die Post ab. Die Post geht einfach ab. Ok, von Hartz und Saft und Arcting 2002. Ok, schon in den Laden zeigen sie die Post. Ja, weil die CDs so klein sind, ist die leider so klein. Aber manchmal geht es einfach nicht so klein. Ja, jetzt kommen wir zurück. Wie geht es in die Zeit, ne? Also, das Ding ist nicht so klein. Das Ding ist nicht so klein. Das Ding ist nicht so klein. Ok, loading von Leeds. Dann, auch later. Jo! Jo, da ist Ugo mit... Ander. Also, wenn ich die Textpaste... Wo ist das denn? Ne, Utilon ist das. Ja. Ok, Goriko, die Endgegner von Essenthal. Aber da war die noch anders noch als da. Dann wird die Unkonsolidiert und Crazy. Einfach nur Crazy. Und das ist sowas eigentlich. Wie erwähnt. Ok, ich habe noch nicht erwähnt. Ich kann noch. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum da jetzt ab den zweiten Teil ein lösen wird. Wohl beim dritten Teil. Ich weiß es nicht. Ab den dritten Teil hat es angefangen realistischer zu werden. Und Saat hat dazu ab einmal was noch besser als beim dritten Teil. Nichts Interessantes, aber halt so ist. Ok, Bakuril. Die hast du nicht genommen geworden. Mal mal runter. Und wir spielen mit Alice. Der Wettbewerb. Anderer zu definieren. Ok, nein, keine Ahnung. Ich glaube, die kann man auch alle anschauen. Oh Gott. Ok, wenn ich jetzt zurückgehe, dann gehe ich halt anders aus. Und wenn man ankickt, dann... Und... Und... Machen wir ganz normal so, ne? Jo. Bis dann. Ich gehe los. Start. Werte. 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 Soldat. Werte. 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 Jawohl. Neues. Königreich wurde sie leer. Ok. Ja, am dritten Teil war... Gabs eine Ordination nur für... Zornlos... Nutzers... Gameiz... Ist auch so ein bisschen wie so. Ja, das ist die Idee, dass die Entitäten... Das wäre dann nochmal eine gewisse Kiste in der Unterrichtung. Es ist ja eben auch eine kleine Ausbildung. Ja, sagen wir, äh. Es wird so, wir haben versucht, die Verkäufer eine gute Idee zu wollen. Ja, wir sind so, wir wollen das Ganze machen. Das kann ich nicht mehr Nigeria vertreibend oder schauen zu, was ich es nicht reibliere. Das war's. Da wurde experimentiert, für Kampfe, Deltere oder Gäste der Rösser. Ultimate Zorn Tor, Frank Tornelitz. So, das ist so ungefähr die Geschichte. Das war auch nicht ganz falsch. Nur ne ganz kurze Version. Okay. Da ist die. Okay. Ja, jetzt kurz mal. Pusch jetzt mal. Im Moment nicht so. Da ist noch so gut. Da kann ich nicht. Okay. Nehmen wir. Nehmen wir. Ja, da haben wir. Nehmen wir. Ja, er ist auch sehr kein Problem. Gackt ab, genau. Wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Schäferinnen und Torsten. Jawohl! Tastorn. Oder Fußballspielerin. Äh, das sind Wunderland. Kann man sagen. Jo, erster Sieg, darf ich nicht gehen. In 3x Höbi, okay, der andere hier fußt man. Der mei... Oh, ich bin richtig. Oder auch gar nicht, ne? Erstmal einen Lagenbruch vom Weißen. Da war's ja schon wahrscheinlich erstmal. Schau, wie schnell das ist, der Scheiß. Okay, die G2, man, da war's da vorne, ich habe ihn gesagt. Okay, da hat's ja viel mehr gesagt. Oh, du bist ja noch da noch. Es wird erneut. Ich weiß nicht so genau. Oh. Okay, ich hab' die 3x. Okay, Fletch-Tick. Bevor wir noch auf dem Boden aufkommen, macht auch Schaden. Oh, das ist übel. Das ist wirklich übel. Und das war's, oder? Dauert. Volteher. Ich sag's her. Edits in Wunderlands als Fußballstehender. Ja, das ist Fußball. Und Weißen. And weißel. Und das ist Spiel. Und das ist die 3x. Wie heißt es? Die Fußball-Bugel. Die Fußball-Bugel. Die Fußball-Bugel. Also. Oh, warte. Oh. Ja, ich bin kein Salzbeinchen. Oh, ich bin kein Salzbeinchen. Und ich bin kein Salzbeinchen. Oh, kuck. Oh, okay. Wie oft. Ja, und ich kann es schon keine Spall-Imbel. ... der erste Mal mit dem ja- Ja, ich habe auch noch ein System. Oh, ich bin hier. Ich bin hier, ich bin hier. Oh, jetzt kann ich noch abstampfen. Okay, jetzt kann ich noch abstampfen. Okay, jetzt kann ich noch abstampfen. Okay, jetzt kann ich noch abstampfen. Oh, jetzt kann ich noch abstampfen. Oh, jetzt kann ich noch abstampfen. Ah, das ist ein Speziales. Ja, das ist ein Speziales. Das ist ein Speziales. Das ist ein Speziales. Das ist ein Speziales. Das war nicht schlecht. Mist. Gar nicht. Keine Weile. Und so groß ist es. Ja, das war ein bisschen zu super, wenn es sich spät. Jetzt nicht unbedingt ein Vorfall. Bam. Dann kommt erst mal. Das war Speziales natürlich. Wow. Das war's aber Zeit. Das war's aber Zeit. und dann ist die ganze Eier. Ich hab mit mir auf den Fall gefangen. Ich hab mir jetzt noch die Eier gelöst. Nein als jetzt nicht du aber. Okay, das war's aber Zeit. Und dann Rappert und Getauf. Bäm. BAM Okay, Starn Der entdeckt Als nächster Fights Er kann die Bösslinge Die Bösslinge sind auch gut Da wieder Oh, da hinten ist er Nicht schlecht Ach so, ich habe einen Kurslinge Ah, ein Kurslinge Ah, ein Kurslinge Wo ist das? Bitte! Scheiße! Okay, so ein bisschen. Wann du hast mal verpassen oder was? Oh ja, das ist gut. Oh ja, das ist gut. Also, wir müssen sie zueinander. Vielleicht besser. Au, au! Was denn? Oh, einfach einen Hals. Der Hals kann ihn unter Foxen holen. Muss nur hoch springen. Oh! 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 Das ist gar nicht so schön oder was? Oh! 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 Das war Skant. Verliefer daneben. Aber so viel. Ja gut, das ist halt riskant. Der braucht mich noch einmal trennen. Aber so viel! Oh nein. Oh nein. Achtung! Oh, macht so viel aus der falschen Seite. Und soll verwandeln, ne? Nein, genau, ne? Okay, dann halt so. Okay. Der Special Move ist... ...spannender. Wunderbar. Ja, jetzt brauche ich uns dann noch ganz schön... ...ein Anfang gewesen. Okay. Wenn du Fußball spielen willst, dann... ...sagt mir nur Bescheid. Ja. ... 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 Ich glaube, ich werde das mal machen. Okay, dann geht es um einen Schaden. Ich werde das mal machen. Ich werde das mal machen. Und ich werde es nicht mehr machen. Ich werde es nicht mehr machen. Ich werde es nicht mehr machen. Oh, das ist kein Ding. Das ist kein Ding. Oh, das ist ein Ding. Oh, das ist ein Ding. Oh, das ist ein Ding. Ja, da. Oh, das ist los. Cool. Das ist kein Ding. Das ist kein Ding. Da. Schaden, ich hau den auch hier an. Okay, kannst du dann halt nochmal. Okay, hier aber noch. Okay, das ist dann aber weg. Okay, das ist dann aber weg, muss ich sagen. Sprechen. Oh nein. Nicht filmen, was? Sorry, du bist da. Okay, jetzt sagen wir mal. Mirage. Schaden, Mann. Schaden, Mann. Schaden, Mann. Schaden, Mann. Schaden, Mann. Und da hat sie den Wungen noch vorhin aufgemacht, ne? Da hat sie es nicht genau gemacht. Ganesha. 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 Ganesha ist ja nicht. Elefant ist, wo es ist. Das ist ein Elefant. Was? Werden wir ja? Auch was werden wir ja bei dem? Ich sage mal, wie kann das sein. Ich sage gar nicht. Was ist das noch nicht so gut? Ja, Elefant ist vorsichtig. Ich sage mal, wenn wir fangen ein Elefant. Kommt ein Elefanten hin. Jo, da machen ab da... So, da hat's gesessen. Okay, das war das Spiel der Rennen. Alice. Immer das. Okay. Jo, Christian Boden, Leute. Ganesha, Christian Boden. Ja, get up. Jetzt geht er jetzt richtig los. Ich kann nicht abgehen. Ich konnte nicht abgehen. Mehr Mana. Okay, vielleicht gehen nach hinten. Okay, aber... Es ist jetzt schon mal leidend. Es ist ja ein bisschen viel weg. Das ist nicht gut. Wir wissen es nicht. Das war's. Und dann noch drei mal. Schade, mach den bitte. So war's. So war's. Der da tut's frei. Der da packen muss die Fieber. Der guter war ja ein Special-Move. Wie heißt es? Boss-Modus. Boss-Modus hat er nicht gesehen. Bist du nicht? Ja, das hat er nicht gesehen. Der hat er nicht gesehen. Kann ich das auch aufhören, Leutnantik? Dann zieh nicht einmal raus. Eieieiei. Ok, meine, ich versteh's manchmal. Bisschen wir hier einhalten. Oh, das war nicht gut. Ja. Mit dieser Strengen bringt ja nichts, alles. Ich muss schon mal die Elefanten anholen, sonst ist das Schluss. Das war knapp. Ha. Ah. Ok, wer abhandeln hat er nichts? Wird eigentlich kein Kurier, in dieser Reface. Ja. 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 Die ganze Zeit habe ich geklappt. Ja. Ja. Ja, ich weiß nicht, ich habe es. Gehen wir auch gewinnen können. Also so mal. Ich weiß nicht. Das geht nicht unbedingt mal mehr aus. Kann man da wenig noch mal machen? Geht's denn noch wissen? Sieht aber nicht noch mal aus. Entschuldigung. Entschuldigung. Wow. Das ist ein bisschen crazy, oder? Ist das nicht gut? Ach, hab ich probiert. Die letzte Rode macht ihn einfach so kalt. Die sind die Elefanten, Roger. Okay, Slash 7 schon. Okay. Danke, Popo. War das Wichtigste jetzt aber nicht der Züchtigste im Leben? Ach ehrlich, jetzt der Mario. Okay. Ich war aus. Ich war aus. Das war's. Oh, das ist jetzt! Bap! 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 Bop! Bap! Yes! Ke la, aber machen wir nicht mehr gerade! Okay, Final! Entschuldigung Das war nicht gut. Ich will jetzt den Baffi zurückvermandeln. Das war nicht gut. Bam. Alter. Das war nicht. Das war nicht. Ich kann es nicht mehr in der Tür. Gut. Nein! Das war gut. Ach, er ist. Oh, der hat rausgesprungen. Das war gut, aber... Die Reaktion, Alter. Schon wieder verloren. Die anderen waren doch alles los, da. Der ist fertig. Fights. Das war nicht gut. Und noch einmal. Bam. Der dritte war richtig. Es gibt nicht mehr in der Tür. Es gibt nicht mehr im Kopf. Das ist kürzelt. Und so was? War nicht leer. Von der Elfarten. Gegen einen Hasen. Sieben nach Zonenringen rausgegangen. Okay, keine Ahnung. Oh, das ist Mist. Okay, das ist dann praktisch. Der wird nicht hoch. Noch einmal. Dann hauen wir mit dem Rüssel zweimal rein. Sieht auf der Boden auch. Sollte die Steine kaputt darstellen. Okay, das ist schon schwieriger. Ja. Ach komm, sterbe auf. Sollte die Steine kaputt darstellen. Okay, die Steine kaputt. Sollte die Steine kaputt. das war ein bisschen riskant aber ich war der nicht gewinnt ok jetzt für uns mal weg wo auch kurz Das war sie, ne? Nein, 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 nein. Der normale ist ganz schön stark. Viel stark machen mit den Haseln, das kann ich ja nicht sein. Das ist ja nicht gut. Oh, Mist. Okay, ich schaffts. Okay, die sind aber richtig einfach. Ja, Alice, die erste. Okay, Ending von Alice. Nichts oder nicht? Ah, ich verstehe, es ist lange nicht weiter. Stimmt, so kann ich das Ding eigentlich machen. Das war das. Oh, Alter. Okay, jetzt mal 2 erwarten. Oh, der kackt sich. Okay, in dem Spiel ist das Grund nicht so drin. Es ist mehr wie ein Schmerz. Da hat er nichts für, denn ich... ...zumals hat es. Oh, der hat es gesessen? Okay, Alice, die muss ich verspüren. Drühe wird es. Drühe wird es. Die Liga ein bisschen. Ich kriege da ein bisschen an den Rücken. Und... ...dann, der Tiger kostet Boden. Bam! Aber richtig. Hört ab. Aber richtig. Jetzt geht der Singlus. Alles klar! Ich werde richtig durch. Meine Scham. Ich denke mal, meine Scham ist... oh oh das war schon ganz gut. Jo! Als Risiko genommen, ist egal. Jo! Ja, hat gleich geschafft. Jo! Da war der Einzige mit den Elefanten. Viel schwieriger. Okay, Ending. Ach so, gar nicht mehr. Au, ohne Sprachausgleich. Okay. Okay, das ist noch... Oh, fache! Jo, alles! Hau einfach rein! Ah, es sieht gut aus. Frieden! Ah, Frieden auf Deutsch! Im Rücken hat man sie nicht gesehen. Okay! So wie ich es verstanden habe, war das nicht so positiv. Also... Wir haben die Tournilien jetzt genommen. Yoga hat sie... ...hat Alice praktisch überzeugt, da muss sie machen. Und die Star kriegt mir einen... ...und... 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 ...abends aber dennoch geschafft. Ja! Das ist die Mauer. Logisch! Ist aber so! Eigentlich schon! Ich habe schon mal Peter debt hier. Mit immer noch und dir ja. Aber da wird esπεut войnen halt. Nichtsrätz多! Ja, der hat die Image auf ein Stück die Welt geändert werden, aber die noch viel für die Teil, ne? So! Ob er hier in der Kamera findet? Müsste doch wirklich sein, oder? Developed, ok. Und produziert von Ratzen. Die es aber nicht mehr gibt. Nur die Spiele, die halt rausgezogen sind. Congratulations. You are not Ganesha and the Indian Playlist Stage. Was? Indische Palast Stage? Okay, you are not the Movie Player. Ah, ja. Dass ich es halt auch alles anschauen kann, ne? So, schauen wir mal jetzt kurz mal an. Video geht noch ein bisschen länger. Ok, Movie Player, das haben wir ein bisschen. Schauen wir jetzt mal die Drainings an. Ok, wo ist Ganesha? Ganesha Newer? Was sind wir denn? Andersen. Ganesha, der in der Fanz. Das da ist ein bisschen. Aber ich habe gegen Lonky Tiger gekämpft. Was, das ist einfach so hoch. Das ist einfach so hoch. Das ist wirklich gut auch nicht. Okay. Schauen wir uns mal an bisschen an. Und... Ja, ich habe hier angeschmissen. Die Hände von mir auch, wie? Na gut, genau davon. Hallo? Spiel? Achso, Spitz, ja. Da hab ich nicht gesehen. New Player. Opening photo. Edit. Okay. Mal als Bonus, weil es dir schon länger geht, aber man kann ja nie nahe sein, oder? Ich hab' den Computer da. Wer ist denn ein Grund der Vision, oder was? Das. Sieh' ein bisschen aus wie Asuka jetzt eigentlich, ne? Nein, eigentlich nicht, aber... Ja, in die Richtung, ehrlich gesagt. Frisur. Okay. Das ist halt die Storyending von Alice. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dann bis zum nächsten Mal. Ich check aus. Bis dann. Ciao.